Melanie Müller zu Gast bei der Goldenen Henne in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike, der sie mal wieder auf Händen trägt, kommt sie über den roten Teppich. Seit gut zehn Monaten sind die zwei nun verheiratet. Da bleibt die Frage nach der Babyplanung natürlich nicht aus. Ja, ich arbeite natürlich sehr, sehr viel, aber man bastelt schon da an so einem kleinen Nachwuchs. Müller. Praktische Erfahrungen haben die beiden ausreichend, es scheitert gerade an anderen. Ich bin sehr, sehr selten immer noch zu Hause. Ich tingle immer noch von Mallorca in Deutschland und da bleibt gar nicht so viel Zeit zum Basteln üben. Kommt Zeit, kommt Kind, irgendwann macht sich der Klapperstorch schon noch bemerkbar.